Aufgabe 7 Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem I-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Wie gewohnt ist das eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe. In einer Urne sind eine rote, eine weiße und drei schwarze Kugeln. Es wird so lange ohne Zurücklegen gezogen, bis man eine schwarze Kugel sieht. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Als erstes Ereignis A. Man sieht genau zwei Kugeln. In erster Reihe sollten wir aus der Aufgabenstellung die wichtigsten Sachen rausfiltern. Das bedeutet, wir haben eine rote Kugel, eine weiße und drei schwarze Kugeln. Also insgesamt fünf Kugeln. Und es wird ohne Zurücklegen gezogen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist, damit man nichts übersieht, sich so eine Art Baumdiagramm zu zeichnen. Man muss es nicht ganz vollständig machen. Und zwar, die erste Frage bezieht sich ja nur auf die schwarzen Kugeln. Und deswegen können wir uns das Ganze wie folgt vereinfacht vorstellen. Wir können entweder eine schwarze oder keine schwarze Kugel ziehen. An dieser Stelle, also schwarz mit dem Strich bedeutet kein schwarz. Die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen, ist entsprechend drei Fünftel. Und keine schwarze Kugel zu ziehen, wäre dann zwei Fünftel. Gut, wenn die schwarze Kugel gezogen wird, dann ist sozusagen das Spiel zu Ende. Sonst geht es weiter. Das bedeutet, auch hier haben wir wieder schwarz oder nicht schwarz. Die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen, liegt jetzt bei drei Viertel. Weil wir eine Kugel weniger insgesamt in der Urne haben. Und die Wahrscheinlichkeit, keine schwarze Kugel zu ziehen, liegt entsprechend bei ein Fünftel. Bei schwarz ist es wieder zu Ende. Wenn kein schwarz gezogen wird, dann gibt es ja nicht mehr viel Auswahl. Dann können wir nur eine schwarze Kugel ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist drei Drittel oder natürlich 1, beziehungsweise 100%. Unser Ereignis verlangt, dass man genau zwei Kugeln zieht. Also, es ist dieser Weg hier im Baumdiagramm mit kein Schwarz und danach gefolgt von Schwarz. Also vereinfacht können wir schreiben, P von A, die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A, ist dann entsprechend zwei Fünftel mal drei Viertel. Und wir können den wieder jetzt gleich kürzen oder erst am Ende. Ich werde mich für jetzt entscheiden. Die zwei und die vier Kürzen sind weg, da bleibt hier nur noch zwei. Oben haben wir dann eins mal drei sind natürlich drei. Und unten fünf mal zwei sind zehn. Das ist unser Ergebnis und so können wir es auch natürlich stehen lassen. Das nächste Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit wir suchen, lautet B. Unter der gezogenen Kugel befinden sich die rote Kugel. Auch hierfür ist es günstig, wenn wir uns zuerst ein Baumdiagramm vorstellen. Diesmal werde ich ihn ein bisschen vollständiger machen. Und zwar, wir haben jetzt als Möglichkeit Schwarz, Rot und natürlich Weiß. Die Wahrscheinlichkeit für Schwarz beträgt drei Fünftel. Dann ist das Spiel sowieso zu Ende. Beim Rot sind es ein Fünftel. Bei Weiß ebenfalls ein Fünftel. Also, bei Schwarz ist alles zu Ende. Beim Rot geht es weiter. Nachdem wir eine rote Kugel gezogen haben, gibt es allerdings nur noch die Möglichkeit für eine schwarze oder eine weiße Kugel. Und die Wahrscheinlichkeit für Schwarz beträgt dann entsprechend drei Viertel. Und für die weiße Kugel ein Viertel. Danach ist das Ganze schnell zu Ende. Wir können nur noch eine schwarze Kugel ziehen. Und zwar mit der Wahrscheinlichkeit drei Drittel oder eins. Wenn wir zuerst die weiße Kugel gezogen haben, dann haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Wir können wieder eine schwarze ziehen, wo das alles zu Ende geht. Oder eine rote Kugel ziehen. Die Wahrscheinlichkeiten sind wieder entsprechend drei Viertel und ein Viertel. Und nach der roten Kugel gibt es wieder nur noch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit für Schwarz. Die liegt dann bei 1. Anhand der Fragestellung müssen wir praktisch alle Wege im Baumdiagramm finden, wo eine rote Kugel dabei ist. Und diese Wege sind einmal, wenn wir hier schauen, im Baumdiagramm rot und schwarz. Dann rot, weiß, schwarz. Und unten haben wir auch noch einen Weg mit weiß, rot und schwarz. Theoretisch müssten wir jetzt für jede dieser Wege im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dann alles zusammenzählen. Aber wir könnten das Ganze auch ein bisschen viel, viel leichter betrachten. Und zwar, es hat keinen Sinn, für jeden Weg die einzelne Wahrscheinlichkeit auszurechnen, weil wenn wir uns diesen Baum ein bisschen näher anschauen, dann sehen wir, okay, die Voraussetzung für die Aufgabenstellung heißt, eine rote Kugel muss dabei sein. Das bedeutet, hier hinten haben wir sowieso, wenn wir zusammenzählen, die Wahrscheinlichkeit 1. Also es reicht, wenn wir diese zwei Wege zusammenfassen, als ein Fünftel. Deshalb kann ich sagen, B von B ist gleich ein Fünftel. Und diese Wahrscheinlichkeit ist entsprechend die Wahrscheinlichkeit für beide dieser ersten Wege. Und hier unten hätten wir noch ein Fünftel mal ein Viertel mal 1. Also kurz gesagt, ein Fünftel mal ein Viertel. Also nochmal ein Fünftel mal ein Viertel. So, die zwei Brüche müssen wir zusammenfassen. Den ersten lasse ich erstmal in Ruhe. Hier hinten haben wir dann ein Zwanzigstel. Und um die Brüche zusammenzufassen, müssen wir erweitern, in diesem Fall mit 4. Wenn ich den ersten Bruch mit 4 weite, dann habe ich 4 Zwanzigstel plus 1 Zwanzigstel sind natürlich 5 Zwanzigstel. Und das kann man entspannen nochmal mit 5 kürzen. Oben bleibt eine 1 und unten eine 4. Also unser Ergebnis lautet ein Viertel. Und das ist das für ein Fünftel.